Die Firma Funkenflug hat ihren Standort in Kemmaten und in diesem Standort werden Öfen für Kochlöfen einsetzlich gebaut, Kaminöfen und Schwedenöfen. Ohne Innovationen in unserem Betrieb hätten wir nicht ein Produkt, das wir verkaufen oder produzieren könnten. Also die Innovation ist immer Ausgangspunkt von unseren Produkten. Also die Besonderheit bei dem Innovationsprojekt ist, dass wir hier eine Wärmetauscherfläche einbauen, das, was das heiße Rauchgas mit der kalten Zuluft tauscht und somit die Zuluft erwärmt wird und das für die Verbrennung natürlich optimal ist. Das, was so, wie wir es verwenden, noch nie angedacht worden ist in irgendeiner Scheitholzverbrennung. Der Vorteil ist weniger Ausstoß von Emissionen, Steigerung des Wirkungsgrades und natürlich auch spielt der Bediener eine große Rolle und der macht halt einmal einen Fehler oder ist halt mal weniger Holz, mal mehr Holz und solche Sachen ist ja prädestiniert dafür, dass er solche Fehler ausbessert, dieser Wärmetauscher.